5.4 ist auf jeden Fall dann der gute alte Saftladen und den machen wir. Und ich hoffe, dass wir uns hier ein bisschen besser anstellen. Ich möchte jetzt endlich mal wieder ein Level schaffen, wo ich vielleicht auch mal nicht sterbe. Das wäre wundervoll. Das wünsche ich mir mal. Das wäre richtig schön. Einfach großartig wäre das. So. Was ist das für ein Stinkevieh, Alter? Wie kam ich auf die Idee, dass ich die von hinten rollen kann, wenn die hinten auch Stacheln haben? Blödsinn, Alter. Richtiger Blödsinn. Geht ja schon wieder gut los. Wie? Das ist echt eklig. So. Okay. Wir schwimmen im Saft. Auch mal nice. Okay, hier wird der Saft durchgemixt. Da schwimmen wir mal lieber schnell durch. Nicht, dass wir davon noch erwischt werden. Die neue Bertha machen wir auch mal platt. So. Gut, da unten ist das K. Ja, das ist eigentlich nicht so schwer. Oh, cool. Hier wird das gerieben. Hier werden die Früchte gerieben. Ja, ist nicht schwer. Und dann haue ich mich einfach mal zu früh in den Tod. Wunderbar. Oh, ist Cranky, wenn man ihn braucht. Naja. Aber ich glaube, das Level ist nicht so schwer. Ich glaube, das ist irgendwie ein Gefühl. So, hier. Hallo. Neue Bertha. Tschüss, neue Bertha. Oh, war knapp. Oh. Bertha. Lass das. So, ducken. Okay. Ja, ich könnte auch ins Wasser gehen, ne? Der Typ nervt da ordentlich ab. Ich gehe einfach direkt ins Wasser. Ist hier irgendwas? Nö. Ja, der Typ nervt aber ordentlich, Alter. So, machen wir es so. Dann sind wir denen nämlich los. Wir machen das hier alles ruhig und entspannt. Gut. Der Stinketyp, den können wir platt machen. Da unten ist ein Scheißhai. Das wird gefährlich. Okay, warte, warte, warte. Gut, gut, haben wir. Wir sind drauf. Jetzt heißt es im richtigen Moment. Jetzt. Und hier lang. Und hier lang. Okay. Gut, dann da wieder runter. Und da wieder. Okay. Und dann da hinten runter. Alles klar. Ich frage mich, wo die Buchstaben bleiben. Die vermisse ich gerade noch so ein bisschen. Das K müsste doch gleich eigentlich irgendwo auftauchen. Das ist hier jetzt auch kein Problem. Da muss man einfach ganz langsam und gechillt langschwimmen. Oder habe ich das K schon verpasst? Weil ich mache mir gerade schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ich gehe einfach hier runter, dann kann mir nichts passieren. Und nehme mal den Bonus mit. Kann ja nicht schaden, denke ich. Ja, der Bonus ist auch relativ easy. Eigentlich sind ja alle Boni nicht schwer. Muss man sagen. Alle relativ simpel. Ja, kein Problem. Sagt Thomas. Das schöne, alter, gute Puzzleteil. Das wir schon längst haben. Fällt es hier hoch. Und dann geht es weiter. Hier ist ein Helm-Puglin. Brauchen wir den für irgendwas? Können wir den Typen da hinten kalt machen? Das machen wir auch. Wenn wir es denn hinkriegen würden. Hey, wo sind denn die Buchstaben? Gibt es hier keine in dem Level oder was? Das ist tricky. Das ist tricky. Okay, gut. Haben wir geschafft. Das war aber gar nicht so einfach. Hier ist ein Leben. Es muss doch irgendwo das K sein. Das kann nicht sein. Wir sind schon so lange unterwegs in diesem Level. Nee. Was ist hier? Oh, was ist das für eine schöne Unterwasserpassage? Unterwasserpassage. Auch ein bisschen gefährlich. Ja, ein Puzzleteil wartet hier nur auf uns. Kein K. Das hätte mich aber auch gewundert. Eigentlich liegen die Buchstaben immer auf dem Weg. Nee. Alter, ernsthaft? Nee. Kommt, Leute. Echt mal. Aber ich kann auch mal nach dem K-Ausschau halten. Weil das muss schon irgendwo gewesen sein. Habt ihr es gesehen? Du bist doch albern. Das ist doch jetzt albern. Oder? Ja, vorzieh nicht rum. Oh, das war auch wieder sehr, sehr knapp. Warten wir. Lass mal nochmal rumfahren. Jetzt. Hier ist nix. Hier ist nix. Auch nix. Da können wir auf den drauf springen. Ach. Hä, wieso ist die denn wieder da? Nee, das ist kein K. Das kann nicht sein. Hä, da ist es ja. Ich hab das K ja eingesammelt. Bin ich blöde? Ey, ich bin heute nicht mehr ganz auf, 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 ähm. Ich bin heute nicht mehr ganz geistig da. Ich bin irgendwie, äh, äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht. Ein bisschen zu sehr, äh, zu, 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 zu sehr, ähm. Keine Ahnung. Versaftet worden oder so. Ich hab auch sehr viel Saft getrunken in letzter Zeit. Vielleicht liegt's da und ich bin einfach jetzt zu saftig unterwegs. Das wird das Problem sein. Man kann man nicht mehr ganz klar denken. Okay, wir sehen uns wieder an der Stelle. Meine Presse, ey. Achso, ich bin, äh, ihr seht ja schon wieder hier, Mensch. Äh, ich hab gar nicht aufgepasst. Äh, ja, schön, schön, schön. Ähm, hab ich wieder geschafft jetzt mal. Geh zurück, das wird nix. Okay, warte. Jetzt. Und rüber. So, okay. Gut, das O müsste jetzt aber trotzdem bald kommen, denke ich. Also, haltet die Augen offen, Leute. Haltet die Augen offen. Da ist es, da ist es. Das ist richtig mies und kacke. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon, Alter. Ach, die war noch schon im Vordergrund. Also, äh, weiter vorne. Da war die Barosch gar nicht mehr auf der Höhe von Donkey Kong. Ich bin ein fucking Trottel, ein fucking Trottel. Manchmal bin ich blöde, manchmal bin ich klug. Jetzt bin ich blöde, jetzt bin ich richtig blöde. Ach Gott. Jetzt habe ich das Gehirn von Donkey Kong, äh, bekommen irgendwie, glaube ich. Äh, ich habe keine Ahnung. So, der nächste bitte. Ich habe eine... Ich habe verdammt nochmal getrommelt. Ach, komm. Donkey Kong. Ähm, ich... Manchmal, ich brauche, glaube ich manchmal so einen Typen, der mir richtig dolle... Einmal auf die Birne haut. Und sagt, was los ist mit mir, wirklich. Ey, was ist mit meiner Konzentration? Das gibt es nicht. Ey, ich war nicht in der Stachel. Komm. Ey, Mann. Diese Hitboxen hier nerven nur... Ab. So, Leute. Jetzt geht es weiter. Donkey Kong ist wieder am Start und macht alles klar. Oh, ich hasse das, oh, ich hasse das, oh, ich hasse das, oh, richtig. Alter, was ist das knapp? Ist das fucking knapp, ey. Und werden jetzt hier Bomben geschmissen. Ach so, oh, nee. So, haben wir das auch geschafft? Gut. Gut, gut. Oh, wieder so ein Afflack. So ein Affe, meine ich. Ob ich denn dieses... Ähm, soziale Worte, Herr Afflack, ey. Meine Güte. Springen wir einfach rüber, so. Ganz alt. Ha! Nein, der Bombentyp. So. Nice, wir haben ihn erlegt, wir haben ihn erlegt. Warten. So, okay, ruhig. Er ist wieder da! Okay. Weiter geht's. Toll, ey. Dass die auch so schnell respawnen, die Typen, ey. Okay, warte, wie ist das Muster? Okay. Ja, ja, alles klar. Der, der spawnt aber recht, echt, echt, echt. Was ist das? Okay, hier muss ich was abfließen lassen, dann komme ich da durch, okay. Ja, lassen wir uns jetzt hier runter purzeln und dann hier lang. Sehr schön. Läuft bis jetzt. Ah, ich hab ein bisschen Angst. Aber alles klar. Gut. Okay, jetzt gibt's noch fast, äh, Stelle. Gut, hier ist noch nix gefährlich. Hier ist das gefährlich. Okay. 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 Ey, ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft! Mann! Dieses fucking Timing, echt. So, Leute, so, Leute, so, Leute, jetzt geht's mal da. Jetzt schaffen wir das mit den Fässern. Das sollte kein Problem sein. Oder? Ja. Einfach ruhig bleiben. Moment. Hä? Okay, gut, hat auf jeden Fall funktioniert. Ich wusste jetzt nicht, wo da die Schwierigkeit war letztendlich, weil man konnte ja auch drüber liegen. Okay, hier ist ein Checkpoint. Kurz mal Luft tanken. Äh, und die machen mir ein bisschen Sorge. Und diese Kugel auch. Ah, okay. Okay, jetzt kommt unten keine. Jetzt kann ich unten lang. Wieso ist hier so eine fucking Strömung? Na, was ist denn mit den Entwicklern? Was haben die denn gesoffen? Ah. Was. Ayah. orthododah-da-da-da-da-da-da... Applaus für diese großvolle Leistung von Herrn Friedhoff, der hier großartige Leistung vollbracht hat. Super, er hat den Orden für die meisten Tode in Donkey Kong Country Tropic Freeze im extra Schwermodus. Bitteschön, Dankeschön. Glückwunsch, Glückwunsch für diesen ehrvollen Preis, den bekommt nicht jeder. Es ist ein großer Scheißhaufen, ein Appen-Scheißhaufen, zurecht wie man hier sieht, zurecht. So, wir sind wieder an der tollen Stelle hier, ich habe immer noch keinen Plan wie ich sie machen soll, ohne zu sterben, aber ich gebe mein Bestes, ich hasse es nicht, diese blöden Mist-Säcke. Ach Gott, oh Gott! Alter, ja, ich weiß, dass die Luft knapp ist. Meine Güte, was ist das für eine Scheiße hier? Oh Mann! Oh Gott! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Oh, ich sehe schon wieder, hier ist der Letzte. Da muss ich rüber springen, ne? Ist ja klar. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Eins, zwei, los. Puh, aber ich glaube, wir nähern uns dem Ziel, Leute, wir nähern uns dem Ziel. Haben wir, haben wir. Ist doch mal so ein Sticke-Typ. Den lassen wir noch einmal springen und dann springen wir auf ihn drauf. Schön. Wo ist das G? Oh, ich kann mich noch, ist das dieses Level, wo das G so richtig assi war? Es gab irgendein Level, da war das G richtig assi. Hier. Es war das Level. Oh, ich hasse dieses scheiß G. Das G ist... Das G ist richtig dreckig, Alter. Das G ist richtig dreckig, Alter. Das ist das dreckigste Mistding aller Zeiten, ey. Oh, okay. Oh, okay. Oh Mann, trommel doch, Donkey Kong. Oh Mann, trommel doch, Donkey Kong. Wisst ihr, was man machen muss? Wisst ihr, was man bei diesem Scheiß-G machen muss? Du musst dich quasi in den Tod trommeln, indem du auf diese Plattform haust, damit die sich dreht. Und in dem Moment musst du A drücken. Punkt genau in diesem Moment. Wenn du, wie ich, jetzt eine Millisekunde zu spät drückst, ist es vorbei. Ist einfach vorbei, der Scheiß. Das ist richtig krank und asozial von den Entwicklern. Das muss ich jetzt hier an der Stelle wirklich mal sagen. Das ist nicht mehr spielerfreundlich. Das ist einfach nur auch Mist. Ich weiß nicht, was ist doch. die Macht doch, verdammt doch mal keine Rolle, Donkey Kong, bitte. Welcher Idiot hat auch die Idee gehabt, das beides auf eine Tasse zu legen, ey. Meine Fresse. Ich hab's auch wieder nicht geschafft. Ich werd's dann auch nicht schaffen, wenn ich's im Moment bin. Das ist das fucking Problem. Ich hab mal derselbe fucking Scheiß. Wirklich, das ist doch nervig. Halt ab. Holy fuck, alter. Dieses Gee hat mich komplett zerstört, Leute. Ich dachte, ich schaff's nie. Wir haben das Schwerste G im ganzen Spiel. Ich schwöre es euch, wirklich. Es ist das Schwerste G im ganzen Spiel gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht mehr. Tschau. Ich bin raus.